Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 mit einem neuen Live-Kommentary. Heute bin ich nicht alleine, sondern ich habe auch einen Dual-Kommentary, wie gesagt, einen Dual-Kommentary, sondern mit meinem PSN-Freund mache ich so eine kleine Runde Stand-Off auf der Map Herrschaft. Mit dabei habe ich die M27, aber ich muss eigentlich mal den PSN-Freund nennen. So Alex Akul, number one, der hier gerade ganz oben an der Liste ist und die anderen Gegner hier richtig zur Schnecke macht, wenn man das so sagen darf. Ja, na wahr, gerade eben noch in meinem Bett, habe chillig, auf meinem iPad geguckt, YouTube aufgemacht und mal ein bisschen auf der Playstation 3 hier meine Nachrichteneingang gecheckt. Plötzlich sehe ich eine Nachricht hier, ey, du bist voll cool und irgendwie. Und dann habe ich gesagt, komm, mache ich mit dem einfach mal ein Video, ganz spontan, spontan, spontan. Und ja, du wirst das Video heute wahrscheinlich nicht sehen oder wahrscheinlich morgen, muss ich mir gucken, wie ich es hochlade. Und, oh, wenn du das siehst, erst mal ein Moin Moin an dich. Wird auch unten in der Videobeschreibung seine Playstation 3 ID einblenden. Dann könnt ihr ihn ja mal adden, wenn ihr wollt. Und ja, er ist gut. Er ist gut, Leute. Ich kann euch sagen, er ist ein sehr guter Spieler. Der Alex Akul, haut rein. So, wir wollen aber jetzt versuchen, es steht 74273, eine sehr gute KD. Oh, Leute, hat er die Killcam gemacht? Wenn er die Killcam gemacht hat, dann fresse ich ihn besen. Das war natürlich nur wortwörtlich gemacht. Er hat die Killcam gemacht, Alex Akul. Guckt ihr das an? Ich weiß nicht, ob ich deinen Namen richtig ausspreche. Aber ich schreibe ihn richtig in die Videobeschreibung. Digga, du hast die Killcam gemacht. Perfekt. So macht man das, Leute. Haut rein. Euer Alex, Akul No. 1 Mann. Sagt ein Ciao. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Peace out.